Hallo und herzlich willkommen bei Kassenzone mit Caro. Ich bin Caro Junker-Deneu, ich bin Geschäftsführerin bei eTrips und nach einer kurzen Pause zurück bei Kassenzone und freue mich riesig auf das heutige Gespräch mit dem CEO und Co-Founder von Home24, Marc Appelhoff. Die Home & Living-Branche wurde von den vergangenen Krisen aus den letzten Jahren besonders hart getroffen, deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, diese Herausforderung mit Marc gemeinsam zu diskutieren. Wir sprechen darüber, warum Home & Living eigentlich so ein ganz schwieriges Konsumenten-Vertical ist, welche Herausforderungen die letzten Jahre gemeistert werden mussten und vor allen Dingen auch, was die Übernahme von Butlers für Home24 bedeutet, beziehungsweise auch die Übernahme oder die Herunternahme von der Börse von Home24 durch die Lutz-Gruppe. Marc hat einen beachtlichen Lebenslauf hinter sich. Er hat mit Fashion for Home ein Start-up zum Scale-up gebracht. Er hat Home24, IPO'd und in den vergangenen Jahren auch wieder gelistet. Und bevor wir in das Gespräch starten, hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Marc wird zwar nicht auf der Uhr mehr dabei sein, aber ich darf dafür das Retail-Media-Panel und ein Interview mit Carsten Wildberger, dem CEO von Media Markt Saturn, moderieren. Alles am Dienstag und am Montag, nämlich dem Vorabend der OMR, steht wieder unsere legendäre Kassenzone-Party an, über den Dächern der Schanze. Wer dabei sein möchte, kann sich bewerben und schaut dafür bitte auf kassenzone.de slash party vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören der neuen Folge. Hallo, lieber Marc. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Kassenzone. Am allerbesten fangen wir mal das Gespräch so an, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst. Wer bist du eigentlich und was macht Home24? Sehr gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, gerade mit dir als Gast, Karo. Ich bin Marc, Marc Ablauf. Ich bin mittlerweile Mitte 40, wohne mit meiner Frau Saskia und meinen Söhnen Nick und Theo in Berlin. Und zwar mittlerweile seit 14 Jahren, weil genau so lange mache ich jetzt schon Möbel online. Wenn mir das mal jemand erzählt hätte, dass ich mal so Sofas und Matratzen verkaufe als kleiner Junge, hätte ich da nicht dran geglaubt. Ich bin CEO und Mitgründer von Home24 und habe so nach dem klassischen BWL-Studium zunächst BCG-Beratung gemacht, ein paar Jahre geschaut, welche Branchen mir Spaß machen. Dann auch sehr schnell bei den Konsumgütern hängen geblieben. Die Integration von Reebok rein in Adidas ein Jahr lang mit begleiten dürfen. Danach habe ich ein paar Jahre Private Equity gemacht, weil ich immer noch nicht genau wusste, wo ich hin will. Und mir gesagt wurde von Unternehmern, dass Private Equity das Nächste am Unternehmer sein ist. Also man begleitet Firmen schon relativ gesamthaft. Und da hatte ich dann das Glück, auch mit Ende 20, Anfang 30 tolle Erfahrungen zu sammeln. Unter anderem als Aufsichtsrat bei Maxeda, dem größten Non-Food-Retail in Benelux und Springer Science in Berlin. Und da habe ich die Power der Digitalisierung und des Direktbezugs als Händler kennengelernt. Und das haben wir dann 2009 in die Gründung von Fashion for Home eingebracht, das ich mit Christoph Cortes zusammen gegründet habe, der mittlerweile flink macht. Und das wiederum haben wir 2015 in Home24 eingebracht und haben dann zusammen mit Philipp Kreibum seit 2015 bis 2019 haben wir das zusammengeleitet. Dann sind Philipp und Christoph leider ausgeschieden, haben was Neues gemacht. Da hatten sie genug nach zehn Jahren möbeln. Home24 ist die Online-Destination im Bereich Haus und Wohnen. Darauf spezialisiert und wir haben das Ziel, schönes Wohnen für jeder Mann und jeder Frau möglich zu machen, die sich nicht mit dem Einheitslook der Möbelhäuser oder Ikea zufrieden geben wollen. Und wir machen mit so 800 Millionen Handelsumsatz, knapp 600 Millionen Umsatz, mehr als zwei Millionen aktiven Kunden, über 2000 Kolleginnen und Kollegen in Europa durchaus auch schon relevanten Marktanteil und sind seit Ende 2019 auch profitabel, was ja dann auch nach zehn Jahren Startup immer ein großes Ziel ist. 2018 sind wir selber an die Börse gegangen. Im letzten Jahr wurden wir von der Börse genommen oder haben das sogenannte Deal-Listing durchgeführt. Seit zwei Jahren haben wir Butlers mit an Bord und sind damit auch in die Innenstädte eingezogen und rollen in dem Kontext aktuell unser Butlers at Home24 Omnichannel-Modell aus, auch gerade mit einem tollen Laden in der Hamburger Innenstadt, der letzte Woche eröffnet hat. Und ja, machen damit eben mit profitablen Dekoläden in den Innenstädten jetzt auch das Tor zur Home24 Möbelwelt auf, was wir bis dato primär online gestartet und den Kunden verfügbar gemacht haben, inklusive auch mit einem Kundenclub, den beide nutzen. Spätestens jetzt ist, glaube ich, allen Hörerinnen klar, warum ich mich auch so auf das Gespräch gefreut habe, denn es ist schon eine ziemlich beachtliche Karriere, die du bis jetzt schon in Anführungsstrichen hinter dir hast. Und ich will gleich vielleicht nochmal ganz vorne starten. Wie bist du zum Thema Home- und Living denn gekommen? Wenn du sagst, du konntest es dir das sozusagen als Kind noch nicht vorstellen. War das zu der Zeit, wo man sich sehr rational mit so einem Beraterblick die Branche angeguckt hat und guckt, okay, wo gibt es jetzt sozusagen noch eine Lücke, die noch nicht online erschlossen ist? Oder woher kam sozusagen dann die Idee zu Fashion for Home? Ja, völlig. Also die romantische Geschichte ist dann eher, wie ich meine Frau kennengelernt habe oder meinen zweiten Sohn selber zur Welt gebracht habe im Auto. Aber unsere Startup-Idee war sehr klar. Wir wollen gründen. Wir wollen was Nachhaltiges Großes schaffen. Und wir hatten drei Ziele, als wir gegründet haben. Das erste war, zusammen wieder im Büro zu sitzen, weil wir als beste Freunde uns nach dem Studium aus den Augen verloren hatten. Einfaches Ziel, wenn man gründet. Zweite Ziel war, unsere eigene Kultur schaffen, weil sowohl Christoph bei Adidas dort sehr viele bürokratische Mühlen kennengelernt hat und ich auch in der Private Equity Welt dann nicht mit Anfang 30 in diesem goldenen Käfig dort gefangen bleiben wollte. Und auch das mit der eigene Kultur hat gut geklappt. Und das Dritte war aber schon, wir wollen was Großes erreichen. Wir wollen was Sinnvolles machen. Und da sind wir sehr rational reingegangen und haben gesagt, was sind die größten Konsumenten-Verticals der Welt? Nach Fashion, wo eben schon Zappos, Zalando und ein paar andere gestartet waren und dem Amazon, was es als Vorbild gab, war Home & Living das größte Vertical, was noch nicht erschlossen war. Mit über 500 Milliarden Marktpotenzial global in unseren heutigen Ländern sind es 100 Milliarden. In dem Footprint, den wir selber online haben, sind es 11 Milliarden. Das heißt, wir machen da irgendwie keine 5 Prozent, knapp 5 Prozent Marktanteil. Und das war für uns eine riesen Herausforderung. Ja, und heute wissen wir auch, warum sich das vorher noch keiner angetan hat, weil es auch das schwierigste Konsumenten-Vertical der Welt ist. Aber das war die Entscheidung. Was Großes, wo wir auch richtig eine nachhaltige Firma aufbauen können. Ja, nachvollziehbar. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass Home & Living immer so als positiv formuliert Königsdisziplin beschrieben wird im E-Commerce. Kannst du vielleicht mal für die Hörerinnen beschreiben, warum es so komplex ist? Also jetzt logistische Herausforderungen, nehme ich mal an, stehen da ganz oben auf der Liste. Aber kannst du das aus deiner Perspektive noch mal ein bisschen beschreiben? Ja, es sind fünf große Knackpunkte, die wir lösen mussten. Und wenn mir die jemand 2009 so mitgeteilt hätte, hätte ich nicht Home & Living gegründet. Auch ganz klar. Es ist natürlich cool, dass wir die gelöst haben, weil heute sind es Eintrittsbarrieren. Die größte und relevanteste ist fast schon die Abwesenheit von Marken im Home & Living Bereich. Und damit meine ich jetzt nicht den Premium-Bereich, den sich ganz wenige leisten können, so wie im Stilwerk. Oder ich meine auch nicht den Accessoire-Bereich. Da gibt es ein paar, sowohl irgendwie auf dem Tisch als auch bei West Wing. Aber im klassischen Möbelbereich gibt es keine Marken und das ändert die Handelsdynamik. Das führt dazu, dass der Kunde das Vertrauen in den Verkäufer, in den Händler haben muss. Das führt zu einer viel höheren Risikoavisität. Und das in Kombination mit den hohen Warenkörben im Home & Living Bereich ist schon echt schwierig für die Kaufentscheidung. Also man trifft keine Impulsentscheidung, sondern eine Investitionsentscheidung mit einem hohen Warenkorb. Man kennt die Marke nicht von dem, was man kauft, weil man zu unregelmäßig Möbel kauft. Oder auch, weil auch in der Industrie die Hersteller die Macht nicht haben. Die Händler haben die Macht im Möbelhandel. Das heißt, das sind schon mal auf Konsumenten-Seite zwei ganz große Knackpunkte, die dann auch dazu führen, dass als Händler, um Kunden zu finden, alle auf dieselben Suchbegriffe bieten müssen. Also man kann halt nicht buchen, Adidas Samba Größe 43, weil man den auf Lager hat und den verkaufen will. Sondern man muss Sofa kaufen buchen als Keyword. Und alle buchen, alle, die den Sofa verkaufen wollen, buchen dieses Keyword. Weil man hat eben nicht das Generische schon, was auf Lager liegt, auch vom Kunden im Fokus. Das Vierte ist, dass man auch es viel schwieriger hat, auszuwählen, was man denn ins Sortiment nimmt, wenn es keine Marken gibt. Aber es ist ganz einfach. Wenn du heute einen Sneaker-Store starten würdest, wüsstest du, ich mache ein bisschen Keyword-Research. Und dann nehme ich irgendwie Under Armour, Adidas, Nike und so weiter. Relevante Set, relevante Größen, was ist gerade irgendwie das Suchvolumen? Das lege ich mir auf Lager. Das nehme ich live. Da investiere ich in Fotoproduktion, Content-Produktion und im Möbelbereich. In der Abwesenheit davon musst du de facto Wetten eingehen oder sehr viel Trial and Error machen. Das heißt, das ist eine hohe Kunst. Und dort ist auch dann der Einkauf noch viel globaler. Man muss entweder mit Zwischenhändern arbeiten, was wir ungern tun, sondern an die Quelle gehen. Unsere Startup-WG war damals auch in Guangzhou. So klassisch Eltern-Schlafzimmer haben Christopher und ich uns geteilt. Die zwei Praktikanten in den Kinderzimmern. Im Wohnzimmer war tagsüber Büro, abends oder zwischendurch mal Essenstisch. Aber wir sind wirklich durch die Welt gereist, haben dann geguckt, wo stehen von den anderen großen Herstellern die Pakete in den Fabriken und dann sind wir dort auch hin. Und das Letzte, das Fünfte, ist dann tatsächlich, es ist auch echt komplex in der Logistik, weil jede Verpackung anders ist. Und wenn du das letzte Mal bei irgendjemandem beim Umzug geholfen hast, weißt du, wie mühsam alleine schon Möbelumzug ist. Brauchte ich das jetzt hier, wenn du im Büro umgezogen seid am Wochenende. Aber es ist mühsam, plus die Verpackungseinheiten sind komplett nicht uniform. Das heißt, du bekommst auch in deiner Warenlogistik riesen Herausforderungen. Und wenn du zum Beispiel einen Kleiderschrank zum Kunden bringen musst, dann sind es oft zwölf Einzelpakete. Und dann geht dir entweder auf dem Weg von der Fabrik ins Lager oder zum Kunden eins von den zwölf verloren oder kriegt eine kleine Ecke oder eine Schraube geht verloren. Und schon hast du eigentlich ein sehr teures Produkt, was du wieder retournieren musst, wo du komplexe Probleme lösen musst für den Kunden wie Ersatzteil. Und das führt dazu, dass es wirklich die hohe Kunst ist, Möbel online zu vertreiben. Ja, total nachvollziehbar. Tatsächlich auch zwei, drei Punkte, die mir auch gar nicht so klar waren. Kannst du mal das Geschäftsmodell von Home24 beschreiben? Also wie bedient ihr sozusagen den Bedarf eines neuen Sofa? Seid ihr ein klassischer Händler? Seid ihr im Marktplatz? Macht ihr Eigenmarken? Wie funktioniert es? Mittlerweile ist die Antwort all of the above. Wir machen alles. Home24 ist klassisch gestartet im Drittmarkengeschäft. Also es gibt Marken, die kennt nur keiner. Rauchkleiderschränke oder Breckle-Matratzen, war gerade wieder in einer Presse eins von den Werken, ist insolvent gegangen letzte Woche. Aber die hat Home24 gelistet, haben Otto, Amazon, andere Händler auch im Angebot. Irgendwann gab es Nachfrage, das wurde auf Lager gelegt, das wurde online verkauft. Fashion Forum, das was ich mitgegründet habe, war à la made.com, komplett vertikal integriert, nur Private Label. Die Kombination von beidem hat dann eigentlich erst das Modell richtig in die Profilabilität gehoben, weil wir die Kombination aus einem Longtail an Drittmarken angeboten, sozusagen die Relevanz für auch die generische Suchbegriff Marketingkompetenz geschaffen haben. Aber dann dort, wo auf Preispunkten und bestimmten Stilrichtungen oder Materialien besonders viel Nachfrage war, haben wir Eigenmarken entwickelt. Und weil wir dort Händler und Hersteller in einem sind, können wir zum Beispiel unsere Eigenmarke Studio Kopenhagen mit einem 30, 40 Prozent Preisvorteil gegenüber vergleichbaren Anbietern im Markt unseren Kunden verkaufen, machen trotzdem noch eine tolle Herstellermarge. Und ja, da verkaufen wir unser Bestseller Sofa Hatzen. Wer sich das anschauen will online, das wird in derselben Fabrik gemacht wie Bolia Bo-Konzept. Das heißt, das sind dieselben Leute, dieselben Materialien. Wir arbeiten sogar mit ähnlichen Designern, die arbeiten im selben Designbüro und wir verkaufen es 40 Prozent günstiger, weil wir keinen Zwischenhändler haben und kein Franchise-Modell. Mittlerweile machen wir, wenn wir über den Nicht-Marktplatz-Bereich bei HUM24 reden, 50-50. 50 Prozent Drittmarkengeschäft, sehr viel Longtail. Von den Anzahl SKUs und Artikeln, die wir anbieten, ist es der Großteil, mehr als 75 Prozent. Unser Private-Label-Eigenmarkenanteil ist viel fokussierter. Davon liegen weniger als 10.000 auf Lager. Die machen aber auch 50 Prozent vom Umsatz. Und dann haben wir Gott sei Dank 2022 entschieden, dass wir einen Marktplatz einführen wollen, weil der uns dann insbesondere mit Konsumentenkrise im Kontext des Krieges und der Energiekrise dort viel Preiseinstiegsprodukte zusätzlich anbieten konnten. Der macht mittlerweile auch 15 bis 20 Prozent vom Auftragseingang, vom sogenannten GMV bei HUM24. Pass. Und du hast eben gerade schon berichtet, dass ihr seit 2019 profitabel seid. Das ist ja eigentlich schon vor dem Einbruch, getrieben durch den Kriegsausbruch und so weiter. Vor Covid, genau. Das heißt, nee, nochmal anders gefragt. Also du hast gerade berichtet, du bist seit 2019 profitabel. Trotzdem ist es jetzt gerade aktuell so, dass man in der Branche super, super viele schlechte Nachrichten hört. Und ich meine, seit zwei Jahren befindet sich E-Commerce in der Krise. Es trifft einige Kategorien, glaube ich, viel härter als andere. Und Home & Living ist aus meiner Sicht eine der am schwersten getroffenen Industrien da draußen. Ich habe jetzt auch gerade wieder die News von ein paar Wochen. Wayfair hat wieder eine dritte Entlassungswelle losgetreten. Ich glaube, es gibt auch in vielen Fabriken bei Herstellern Kurzarbeit. Kannst du mal vielleicht nochmal ein bisschen rausgesucht aus HUM24 beschreiben, warum das bei euch jetzt gerade so abgeht, wie es abgeht? Ja, die Branche hat nach 2019 auch noch sehr profitiert von Covid. Insbesondere die Onlinebranche, aber auch die Offline-Möbelbranche. Trotz der Schließung haben die bis zum Ausbruch des Krieges Rekordjahre gemacht, wie online natürlich noch viel mehr profitiert, als dann die Läden geschlossen waren, weil die Menschen zu Hause geblieben sind, nicht mehr gereist sind und damit sich auf ihr Zuhause konzentriert haben und das erneuert haben, die Budgets sozusagen aufs Zuhause gerichtet haben. Und da gab es quasi so eine Sonderkonjunktur. Also wenn man die Online-Penetration sieht, dann ist die immer stetig gestiegen von so 10 Prozent, als wir angefangen haben, bis so 15 Prozent vor Covid. Dann ist sie hochgeschossen und jetzt ist sie irgendwo knapp unter 20 Prozent, aber diese Kurve hat sich so rausgewachsen. Und mit Covid gab es schon Lieferkosten, Krisen, die die Branche durchgeschüttelt haben, also Containerengpässe und damit auch Lieferengpässe in allen Branchen. Und dann kam mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ein doppelter Schock oder ein dreifacher Schock. Einmal natürlich generell die Verunsicherung der Konsumenten. Wir haben Konsumentenstimmung in Deutschland insbesondere auf dem historischen Tief oder so 50 Jahre tief. Das Zweite ist die Energiekostenkrise. Also Produktion, Transport kostet Geld. Und das Dritte ist die Inflation. Das heißt, alle Herstellern, Betriebe, aber auch Retailer, die irgendwo an Mindestlöhnen hängen für Fertigungsarbeiter, Lagerarbeiter, Transporteure und Mindestlohn schiebt ja alle Lohnniveaus leicht hoch. Plus die direkten Energiekosten und die Mieten, die oft indexiert sind, haben dazu geführt, dass es einen Dreifachschock gab. Also deine Kosten sind hochgegangen, dein Umsatz ist runtergegangen. Und da haben viele, ja, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Und manche wie made.com sind ja sogar ein Jahr nach dem Börsengang mit 800 Millionen bewertet und 150 Millionen Cash eingesammelt. Zehn Monate später haben sie Insolvenz angemeldet, weil die auch noch Vollgas gegeben haben. Also diejenigen, die nach der Sonderkonjunktur gedacht haben, das geht jetzt immer so weiter. Wir machen uns das Lager voll und wir verdoppeln unsere Lagerkapazität und das wird jetzt immer so weitergehen, die dann sozusagen den Nachfrageeinbruch hatten und das Lager voll und keine Reserven mehr. Die sind natürlich besonders gebeutelt. Und es trifft es bei uns in der Branche sowohl die Hersteller. Die letzten Zahlen, die ich gehört habe von den deutschen Herstellern, ist, dass 50 bis 60 Prozent schon in der Kurzarbeit sind, als auch Händler. Da liest man jede Woche neue Insolvenzmeldungen oder große Probleme von irgendwie den Depots dieser Welt bis hin zu Icarus und Mix und wer alles dieses Jahr schon Insolvenz anmelden musste. Da ist diese Kombination von Kosten hoch, Umsatz runter sehr schwer. Und deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir unseren Auftragseingang, das sogenannte GMV, halten konnten. Das ist in solchen Zeiten Marktanteil halten, dass das EBITDA profitabel halten. Es ist schon ein Riesenerfolg und da auch immer ein Riesendank ans Team. Das wissen wir sehr zu schätzen, was wir in diesen Zeiten da bewegt haben. Und kleiner Disclaimer für die, die dann irgendwie in den Kommentaren immer sagen, profitabel ja nur auf adjustiertem EBITDA. Ja, darunter kommen noch CapEx und es ist verstanden, aber es ist die Kapitalmarktzahl, auf die geschaut wurde und die wir erreichen wollten. Das heißt, wie begegnet ihr dem? Also ihr wart vorher schon profitabel, das ist schon mal gut. Das ist ja vielen, also von den großen E-Commerce-Playern nicht so gegangen. Und dann wurde es halt doppelt schwer. Ihr habt, also ich interpretiere das jetzt, ihr habt durch das Öffnen eines Marktplatzes, konntet ihr euer Working Capital wahrscheinlich auch stabil halten oder sogar senken, weil ihr eben Marktplatzinventar auch genommen habt und konntet sozusagen über niedrigere Preise dann der gesunkenen Investitionsbereitschaft bei den Konsumentinnen begegnen. Ist das im Großen genommen, also zusammengefasst, wie ihr darauf reagiert habt, sodass ihr eben eure Umsatzentwicklung einigermaßen stabil halten konntet? Ja, alles richtig. Ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, und da waren wir tatsächlich sehr früh, ist schon im Februar bin ich komplett auf die Bremse gegangen. Also was Bestellungen angeht und damit auch dann ja Working Capital, was eine sehr lange Bremsspur hat, wenn wir im Importgeschäft in Asien einkaufen, was manche Kategorien sind komplett in Asien, wie Garten, Leuchten, Bürostühle. Trotzdem kommt 70 Prozent aus Europa von dem, was wir verkaufen. Aber gerade das hat eine sehr lange Vorlaufzeit. Da sind wir auf die Bremse gegangen. Wir haben einen Hiring-Freeze gemacht, um Runden zu vermeiden, wie die jetzt, mehrfach Runden zu vermeiden, wie die von Wayfair. Und eigentlich seitdem managen wir nur noch auf Profilabilität und Liquidität, weil es einfach keine Zeiten für Angriff sind, sondern eher für defensive Professionalität als Händler. Und die Marktplatzentscheidung, das war Glück. Da haben wir einfach ein Jahr vorher gesagt, wir wollen strategisch in den Marktplatz, um in manchen Kategorien, in die wir neu einsteigen wollen, wir haben jetzt zum Beispiel Tierbedarf gestartet oder jetzt bald steht auch noch der weiteste, im weitesten Sinne Baumarktbereich an. Also alles, was sich ums Heim entwickelt, wo wir aber niemals reingehen würden als Möbelhändler, sage ich mal so, die aber relevant sind für die Kunden. Diese Bereiche bieten wir über den Marktplatz an. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir schon sehr taktisch gesagt haben, Konsumentenkrise, die großen Warenkörper fallen weg, die großen Investitionen fallen weg. Wir fokussieren den Funnel von den Marktplatzanbietern, die wir anbieten, genau da drauf, auf diese Preiseinstiegspunkte. Und da haben wir, ja auch da Chapeau ans Team, die Zahlen sind public, über eine halbe Million Artikel innerhalb von einem Jahr in die Pipeline gebracht und auch jetzt über 100 Millionen GMV realisieren können innerhalb des ersten Jahres. Das hat uns da sicherlich sehr geholfen. Und gleichzeitig haben wir auch im Kerngeschäft alle Parameter verbessert von der Auslieferquote, wo wir mittlerweile sehr viel mehr in eigener Hand machen, was nicht nur kosteneffizient ist, sondern vor allem in der Kundenzufriedenheit, in den Retouren, in den Reklamationen extrem viel bringt. Unsere Retourenquote ist mittlerweile bei unter sieben Prozent. Also da haben sehr viele Details ineinander gegriffen und Working Capital Optimierung haben wir auch gemacht. Insofern hat da viel ineinander gegriffen. Wo wir Pech mit hatten als sozusagen Unternehmer und das jetzt gar nicht despektierlich an die neuen Kolleginnen und Kollegen von Butler, sondern wir haben einen Monat vor Ausbruch des Krieges sozusagen unsere Kriegskasse geleert und Butler gekauft, weil wir gesagt haben, jetzt ist die Covid-Nachfragewelle weg. Wo kriegen wir jetzt die Neukunden her für Home & Living? In den Innenstädten. Wir gehen da mit einem trojanischen Pferd und einem profitablen, tollen Deko und saisonalen Assortment in die Innenstädte, positionieren da Home24 mit, machen gemeinsam Kundenclub, stellen ein paar Möbel rein und dann sind die 40 Millionen Butler-Besucher im Jahr ein profitabler Kundenakquise-Kanal. Da haben wir natürlich auch den Dreifachhebel gespürt. Also Inflation, Mieterhöhung, Mindestlohnerhöhung und Transportthemen aus Asien. Ja, absolut. Also weil der Gedanke klingt ja super plausibel, weil es gab ja wirklich auch diesen Nach-Corona-Revenge-Effekt, dass man sich ja tatsächlich nur noch draußen aufgehalten hat. Der stationäre Handel hat so krass profitiert. Ich bin im Beirat auch in einem kleinen Handelsunternehmen aus Deutschland mit 60 Filialen. Die hatten wahnsinnige Erfolge. Also eigentlich die Idee war ja richtig. Das ist halt nur ein blödes Timing gewesen. Aber es ist trotzdem eine spannende Frage, die sich mir dort anschließt. Neukundenakquisitionen jetzt offline. Möbel ist für mich, und ich bin aber auch immer ein sehr optimistischer, positiv denkender Mensch, ist für mich so die emotionalste Kategorie eigentlich, die es gibt. Weil es geht ja um das eigene Zuhause. Es geht um das Zuhause, Nestbau. Also man investiert ja auch richtig viel Geld. Also selbst eure Eigenmarken und sowas kosten ja immer noch eine ganze Stange Geld. Da recherchiert man, da befasst man sich mit und so weiter und so fort. Aber irgendwie findet es online, fühlt man das dort nicht so. Insbesondere wenn man feststellt, dass ein ganz großer Teil des Marktes sogar auch bei Amazon liegt oder bei Ikea und so. Die Online-Einkaufserlebnisse sind irgendwie nicht so das, was ich eigentlich gerade beschrieben habe in meiner romantisierenden Bubble. Ist das tatsächlich so und ist offline quasi dort der Ansatz zu sagen, diese Emotionalität, das Thema Discovery und eben nicht auf Google so verkaufen, ist dort der Ansatz, Neukunden zu gewinnen? Oder was ist da der Hintergrund? Weil eigentlich kommt... Ja, ich würde mir jetzt wirklich einen Cut wünschen und wir setzen uns zusammen ins Auto, fahren raus in den Vorort und gehen in so ein Möbelhaus und da zeigst du mir mal die emotionale Discovery. Und ich glaube, in der Theorie stimmt es, wenn man es sich leisten kann, ins Stilwerk zu gehen oder zu Bolia oder Buchkonzept oder vielleicht auch noch zu... Butler ist ein perfektes Beispiel. Da geht man hin, entdeckt was, nimmt sich was mit und Ikea sicherlich auch. Ich glaube, da fundamental, und da tickt jeder Konsument anders, wissen die Kunden und Kundinnen noch gar nicht, wie cool es ist, online Möbel einzukaufen, weil wenn man ins Möbelhaus geht, da sitzt man am Ende oft mit so einem Möbelverkäufer an einem Prospekt und kauft auf so einer kleinen Strichzeichnung an und danach geht man mit dem Durchschlappkappier zur Kasse, unterschreibt und kann nicht stornieren und nicht retournieren. Und man geht da hin ohne sein Zuhause. Ja. Ja, so und jetzt, wenn ich in meinem schönen emotionalen Zuhause, wo ich schon ein Lieblingsstück habe mit einer besonderen Farbe oder wo ich gerade das Licht einfallen sehe, wenn ich von Zuhause für Zuhause einkaufe, dann ist eigentlich Möbel online shoppen oder von Zuhause shoppen total cool. Es gibt auch tolle Lösungen mittlerweile, die noch nicht wirklich die breite Masse erreicht haben wie Augmented Reality, aber selbst wenn man nur das Foto sich vorstellt und einen Farbvergleich macht und sich dort nach ein bisschen Online-Recherche und Kundenbewertung traut, dann kriegt man es ja nach Hause und wenn es nicht passt, wird es kostenlos wieder abgeholt. Und da sozusagen derjenige, der wirklich Passion für sein Zuhause hat, der hat da eine wunschlos glücklich Garantie bei den Online-Möbelhäusern, wo entweder dann das verkauft wird mit der größten Marge oder bei Ikea das, was fünf andere Freunde auch schon zu Hause haben und man es am Ende halt kauft, weil man da ist und dann auch einen Haken dran haben will und irgendwie genervt ist, weil es so voll ist. Ja, also die Zahlen am Ende bestätigen auch dein Bauchgefühl, dass ja immer noch über 80 Prozent, circa 80 Prozent des Möbelkaufes offline stattfinden. Und ich glaube, fundamental liegt das eher daran, dass viele Menschen eben keine Marken kennen und offline die Möbelhändler kennen und die senden ja auch 365 Tage im Jahr im Radio und im Fernsehen und sorgen dafür, dass die Händler bekannt sind und nicht die Herstellermarken und schicken auch noch die Flugblätter und das scheint noch bei den meisten Kunden und Kundinnen zu wirken. Ich bedanke mich dafür, es mal auszuprobieren. Ich glaube, die meisten Kunden fänden es am Ende im Ergebnis schöner, sich individuell einzurichten und dann auch noch zu Hause ausprobieren zu können. Total. Das können sie, ja. In den Home24-Showrooms, auch schon seit die ersten Showrooms haben wir 2012 veröffnet. Wir haben mittlerweile in allen Metropolregionen Showrooms. Wir haben jetzt mit Butlers 100 Innenstadtläden, wo es auch immer mehr Möbeleinstieg geben wird, wo dann einzelne Bestseller stehen werden, wo auch ein paar Stoffmuster verfügbar sind. Also das bestätigt ja auch dein Bauchgefühl, dass viele Kunden einmal anfassen wollen, einmal das praktische Erlebnis haben wollen und wenn es vielleicht auch nur ist, Vertrauen zum Händler zu bekommen bei einer Investitionsentscheidung. Man gibt ein paar hundert Euro oder sogar über tausend Euro aus. Man kennt diesen komischen Home24 vielleicht noch nicht oder hat ihn nur ein paar Mal irgendwo gesehen im Fernsehen und deshalb ist es eben was anderes, als wenn man beim Händler vor Ort kauft und dann sich mit dem, was dort verfügbar ist, begnügt. Ja, total verstanden. Wie funktioniert denn aber bei euch Kundenakquisitionen in den Online-Kanälen und hat sich das nicht eigentlich auch drastisch verändert, jetzt ganz konkret, wenn wir mal an Videoformate und so denken, das sind ja eigentlich Themen, die euch total in die Karten spielen müssten, weil sie die Produkte eben doch viel sichtbarer machen, eher im wirklich authentischen Umfeld auch zeigen können. Kannst du mal beschreiben, welche Kanäle für euch wie funktionieren? Ja, wir sind da tatsächlich noch im sehr klassischen Performance-Marketing primär unterwegs. Wir haben alles getestet. Wir waren die ersten Kunden von Haus in Europa. Ja. Die bieten das leider nicht mehr an, das CPC-Modell. Das haben wir einfach eingestellt, weil in Europa so wenig Einrichter dort Fotos hochladen und wir waren die ersten, die Pinterest wirklich rauf und runter probiert haben. Wir sind sehr stark bei Meta, primär Insta unterwegs. Und dennoch ist der absolute Großteil noch klassisches Performance-Marketing bei Google, Bing und so weiter. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich auch daran, dass ein Möbelkauf, wenn man gute Qualität kauft und zufrieden ist, dass der nicht regelmäßig stattfindet und dann oft so eine Lebensevent-Trigger hat. Man zieht um, man kriegt ein Kind, man zieht zusammen, man trennt sich, man kriegt eine größere Wohnung, man kauft ein Haus, I don't know. Und das ist ein Projekt, da plant man länger und dann ist es eben nicht, ach, ich lasse mal Kunst inspirieren. Ach ja, stimmt, ich könnte mein neues Sofa austauschen, ist ja noch gut. Und deshalb, das funktioniert für Butlers, das funktioniert für Deko und diese Kategorien haben dann die Herausforderung, dass der Warenkorb zu klein ist und damit die Order Economics mit den Lieferkosten oft noch nicht so gut funktionieren, weil die Kunden da sagen, okay, nee, dann ist mir der Versandkostenanteil am Gesamtbahnkorb zu hoch, dann gehe ich lieber vorbei und hole es mir ab. Und dennoch probieren wir da viel und ja, Emotionalität ist super wichtig für einen Teil unserer Kunden, die eben auf der Suche nach dem Nicht-Einheitsbrei sind. Das sind ja genau die, die wir finden wollen. Und die erreichen wir dann schon auch teilweise mit Bildformaten oder mit Reels. Aber es ist leider noch nicht der große Teil. Und wenn wir da beim Performance-Marketing kurz bleiben, ich habe vorhin nur die fünf größten Herausforderungen genannt, die sechste habe ich verschwiegen, Performance-Marketing für ein Investitionsprodukt ist auch der Holy Grail von Performance-Marketing. Der zweitschwierigste ist, glaube ich, Reise, aber da hast du einen Riesenvorteil. Der Kunde gibt bei der Erstsuche schon ein Reisedatum ein. Das heißt, du kannst den targeten und verfolgen und weißt, der will da in Urlaub fahren. Ich muss den jetzt über die Linie bringen. Ja. Wenn du ein Sofa hast und sagst, ach, ich könnte ja mal ein neues Sofa mir leisten, dann ist unklar, wann du tatsächlich diese Kaufentscheidung triffst. Und selbst wenn du irgendwann ein Umzugsdatum hast, dann gibst du das nicht in deiner Customer Journey ein. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dass schon bei Investitionsentscheidungen Umsatz gewichtet, unsere Kunden in normalen Zeiten, ja, nicht Covid, nicht Krieg, länger als zwei Monate brauchen, um sich zu entscheiden. Oft auch, weil dann die Wohnung erst fertig ist oder weil ich ja meine Wohnung kündige und in frühestens drei Monaten umziehe. Also das weiß man ja mindestens drei Monate vorher. Manche Lebensentscheidungen sogar neun Monate vorher. Das heißt, die suchen lange und damit ist ein klassisches Performance-Marketing in so einer Attribution von Umsatz und Ertrag zu Kosten mit Cookie-Deletion, mit Cross-Device-Journeys mega schwer. Da haben wir unser eigenes Marketing-Data-Warehouse aufgebaut und eigenes Attributionsmodell und trotzdem ist das sehr viel Art and Science gleichzeitig, was unsere Kollegen da machen. Ja, vor allen Dingen auch jetzt noch mit der erschwerten Situation mit eingeschränkten Cookies und so weiter, weil das ist ja auch so ein typisches Thema eigentlich für Retargeting, dass man über einen längeren Zeitraum nicht den vollen CPC zahlt, aber irgendwie unterstützend wirkt im Zuge dieser ganzen Research-Phase. Ich habe mal sehr teure Handtaschen online verkauft, deswegen, ich kenne das Problem, dass Kaufentscheidungen manchmal sehr lange sich rumgetragen werden. Wie hoch ist denn aber euer Warenkorb? Also wie viel, im Vergleich jetzt zu Fashion zum Beispiel, stelle ich mir schon vor, dass ihr da ein bisschen mehr Material zum Arbeiten habt? Absolut. Unser Warenkorb, wenn ich das Butler-Sortiment jetzt mal rausnehme, so ein Möbelsortiment, dann liegt das inklusive Marktplatz bei um die 300 Euro. Das war eher Richtung 400 Euro ohne Marktplatz. Und da sind natürlich auch irgendwie Kissen und Wandleuchten für 40, 50 Euro dabei. Das heißt, es gibt durchaus viele Warenkörbe, die gehen 700 Euro aufwärts bis ein paar Tausend Euro. Und gerade das sind dann die, die diese Entscheidungszeit umsatzgewichtet auf über zwei Monate schieben. Die meisten Kaufentscheidungen finden natürlich schon in den ersten Tagen und Wochen statt. Der Butler-Warenkorb ist online bei unter 50 Euro. Das heißt, da im Mix kommen wir dann auch auf leicht unter 300 Euro. Aber damit kann man natürlich arbeiten. Vor allem, wenn man berücksichtigt, unsere letzten öffentlichen Zahlen haben das ja auch bestätigt, dass wir fast 50 Prozent Bruttomarge haben und auch noch nach den Logistikkosten Mitte 30 Prozent. Das heißt, da bleibt schon was über für Marketing und für Overheads. Aber die Kundenakquise ist durchaus teuer, weil im Home & Living eben auch die Kauffrequenz, wenn du gute Qualität lieferst und es eben diese Lifecycle-Events sind und in Klammern, wir historisch eben noch nicht die saisonale Ware, die Butler ist ja jedes Jahr für Ostern, Sommer, Weihnachten liefert. Die hatten wir nicht. Wenn man das Bett verkauft, nicht die Bettwäsche, dann kommen die Kunden eben nicht so oft wieder. Und deshalb war es auch für uns extrem wichtig, für diese großen Warenkörbe, Erstorder profitabel, Neudeutsch, also mit der ersten Bestellung unsere Kundenakquisitionskosten zu bezahlen. Das wollte ich gerade im Anschluss fragen. Tatsächlich kenne das auch aus dem Matratzen-Business. Die sind ja auch einfach ganz krass darauf angewiesen, dass die erste Order sofort profitabel ist, weil es gibt da natürlich so ein bisschen Kissen-Cross-Sell, aber sozusagen der nächste große Spend von den Kunden passiert halt erst 10, 12 Jahre später. Das ist bei euch auch so. Das ist ja schon mal cool. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, gibt es überhaupt realistischerweise Loyalty bei euch? Weil das ist ja das Thema, was auch den Handel jetzt sozusagen gerade umtreibt mit sinkenden Möglichkeiten der Neukundenakquisition. Aber wenn du sagst, es sind immer so Ereignisse, die wir von außen gar nicht planen können, wann unsere Kundinnen irgendwie umziehen oder zusammenziehen oder auseinanderziehen, dann habe ich dann die Möglichkeit, einfach eine richtig starke, große Brand zu sein, die dann einfach immer top of mind ist, wo ich halt hingehe. Das ist also für mich von außen eigentlich eher am ehesten noch Ikea. Oder du bist halt einfach permanent sichtbar in den relevanten Kategorien, was ja auch irgendwie erstmal nicht so attraktiv erscheint. Ist Loyalty oder so Bestandskundenmaßnahmen für euch überhaupt ein Thema? Oder lasst ihr das gleich sein, weil ihr sagt, wir optimieren alles auf diese erste Order? Ja, die Profitabilität der ersten Order war entscheidend, um überhaupt unsere Profitabilität zu erreichen, der Zungenbrecher. Danach ist es natürlich schon schön, mehr Geschäft zu machen mit einem Kunden, vor allem, wenn er zufrieden war. Und das passiert auch. Also viele Kunden kaufen erstmal einen Tisch und dann noch die Stühle hinterher oder fangen mit einem Zimmer an, hatten ein gutes Erlebnis, machen dann das nächste Zimmer oder kaufen erstmal nur Wandleuchten, testen uns und machen dann die größere Bestellung. Also wir sehen schon konzeptionell um die 20% Zusatzgeschäft mit den Neukunden im ersten Jahr. Und dann ist es aber eine, ja, unsere Customer Lifetime-Kurven, die sind nicht flach, aber die steigen nur sehr langsam im Zeitverlauf an. Weil dann in den nächsten Projekten kommen die Kunden durchaus wieder. Und da machen wir klassisches CRM, aber haben unter anderem deshalb ja auch jetzt, wenn wir über Loyalty nachdenken, mit Butler's einen gemeinsamen Kundenclub gestartet. Und wenn du die Home24-App runterlädst und den Opt-in in den Homeclub machst, hast du den QR-Code. Und wenn du damit in den Butler's Home24-Laden gehst, um dein Geschenkpapier zu holen oder, Geschenkpapier lohnt sich jetzt nicht so bei ein paar Euro, aber da irgendwie deinen durchschnittlichen Warenkorb von 30 Euro zu machen, sparst du 10%. Also ein Homeclub-Member bei jedem Butler's-Kauf kriegt 10% Einkaufsvorteil aktuell. Ja, und dann machen wir Offline-Only-Aktionen, um dort immer mehr Offline-Kunden in diesen Loyalty-Club reinzubekommen und dann irgendwann auch in den Möbelkauf. Und da ist natürlich jetzt das gesamte Butler's-Sortiment auch online verfügbar. Das heißt, wir haben auf einmal dadurch auch Weihnachtssortiment, Ostersortiment, Tabletop. Ja, das heißt, diejenigen, die sich gerne mit ihrem Zuhause beschäftigen, den gedeckten Tisch pflegen oder andere Deko, die finden das bei uns. Zuletzt zu dem Punkt, den du sagtest mit der Markenbekanntheit. Das war genau die ersten 10 Jahre Home24. Da wurde ja auch extrem viel Geld investiert und auch sehr viel in TV. Unsere gestützte Markenbekanntheit ist da weit über 50 Prozent, auch weit vor den anderen Möblern, die rein online sind. Und die einzigen, die da vorliegen, sind die großen drei Offliner, Ikea, Lutz, Höfner. Und natürlich kommst du mit so einem Weltmarktführer wie Ikea nicht mit. Oder auch einem Lutz und einem Höfner, die 365 Tage im Jahr on-air sind. Und gleichzeitig haben wir da schon für unsere relevante Zielgruppe eine sehr hohe Markenbekanntheit. Und wir haben immer gesagt, die Kunden, die eh offline einkaufen wollen, die sind uns egal. Aber jede Kundin, jeder Kunde, der online nach Möbel sucht, der soll schon auch Home24 im relevanten Set haben. Und das erreichen wir meistens auch. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Lutz Höfner. Ihr seid jetzt ja seit vergangenem Jahr, meine ich, Teil von XXX. Das ist für mich der Zungenbrecher. Damit bist du einer der wenigen Menschen, ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein IPO hinter sich gebracht hat und ein D-Listing. Ich würde gerne, dass du mir nochmal ganz kurz beschreibst, sozusagen was hat das für dich sozusagen für Vor- und vielleicht auch Nachteile mit sich gebracht, also beide Seiten einmal ganz kurz zu beleuchten. Wie ist es Public zu sein und wie ist es jetzt auch wieder Private zu sein? Ja. Starten und mit dem Public sein. Also nach zehn Jahren Startup-Rollercoaster und wer die Home24-Geschichte verfolgt hat, auch ja durchaus öfter kontrovers in Presse und Podcasts, der weiß, dass wir auch ein paar Mal nach Einführung vom SAP oder anderen Events durchaus herausfordernde Zeiten hatten und dann aber eben einen super Börsengang hingelegt haben und auch nochmal 150 Millionen eingesammelt haben, in weiteres Wachstum zu investieren und haben dort dann eben Ende 2019 auch die Priorität erreicht. Das heißt, das war wichtig, dass wir das der Börse bewiesen haben und gleichzeitig war an der Börse sein, alle drei Monate die Bücher öffnen zu müssen und immer wieder erklären zu müssen, was jetzt in den letzten drei Monaten passiert ist, statt was gerade passiert oder was in sechs Monaten oder zwölf Monaten passieren soll, wie zum Beispiel so eine Marktplatzeinführung oder strategische Weichen zu stellen. Das war mühsam und das war insbesondere mühsam, weil es ja auch sehr turbulente Zeiten waren. Also es war ja irgendwie in Covid-Zeiten war erst Retail geschlossen, dann gab es die Containerkrise, dann sind die Frachtraten von 1000 Dollar auf 10.000 Dollar angestiegen, dann gab es auf einmal keine Schrauben mehr, dann gab es keinen Schaum mehr, dann gab es keine MDF-Platten mehr. Das waren schon Zeiten, da hatten sicherlich viele Herausforderungen, aber das war dann nicht vergnügungssteuerpflichtig, da alle drei Monate das erklären zu müssen, was jetzt in den Finanzzahlen der letzten drei Monate drinsteckt. Und gleichzeitig haben wir eine sehr stabile Basis an Investoren gehabt, zum Großteil seit IPO, die uns unterstützt haben. Das waren so 60 Prozent der Anteilseigner, der Rest war dann eher bei kleineren, die uns auch unterstützt haben, die unsere Strategie verstanden haben, die auch teilweise dann in der Kapitalerhöhung auch von dem Butlers-Kauf nochmal investiert haben. Und börsennotiert zu sein, hat schon auch viel zum Erwachsenwerden von uns als Start-up geführt. Also alleine die Vorbereitung dafür war enorm viel Arbeit, aber auch viel Professionalisierung. Und da ist sicherlich dann manches auch over the top an Bericht zu pflichten, aber die Professionalisierung in der Buchführung, in Compliance, in Corporate Governance, das sind also so Buzzwords, die versteht man nicht, wenn man einmal reinschaut und sagt, was bedeutet das denn? Und was steckt denn da mit drin? Und da gibt es auch ein paar Dinge, die sind wirklich eher fürs Papier, aber viele davon sind durchaus sinnvoll. Und das hat uns schon signifikant weitergebracht und auch das Geld, was wir dort eingesammelt haben und dann in die, wie wir es nennen, Fulfillment-Plattform investiert haben, in unser Backend, was End-to-End skalierbar ist, vom Lieferanten bis zum Kunden, haben wir einen State-of-the-Art-Tech-Stack, der sich dann in Covid-Zeiten bewiesen hat, weil wir teilweise 50 bis 80 Prozent gewachsen sind im Quartal und unsere NPS ist stabil geblieben oder sogar leicht gestiegen. Und wir haben bewiesen, dass wir signifikant weiter wachsen können. Das waren spannende Zeiten, aber natürlich auch crazy irgendwie für Tageskonferenzen nach New York fliegen oder IPO-Roadshow oder hier kann ich Bücher drüber schreiben. Und dann natürlich waren eben auch die Krisenzeiten schwierig und wir hatten zweimal Phasen, wo der Börsenkurs, wir sind mit 21 Euro an die Börse gegangen. Einmal war er so nach zwei Jahren schon abgestürzt auf drei Euro und dann sind wir wieder hoch, haben uns wieder erholt auf 24 und dann kam der Krieg dann mal wieder auf drei Euro, vier Monate später oder vier Euro. Und beide Male haben ganz viele Strategen sich gemeldet und haben gesagt, wie sieht es denn aus? Ja, wir finden ja schon, ihr macht das online so am besten und wir haben uns auch viele andere angeschaut, aber bei euch könnten wir uns vorstellen, uns signifikant zu engagieren. Und das ist natürlich, da schlagen dann zwei Herzen in der Brust eines Unternehmers und Gründers. Die eine ist, ja, ich möchte hier unser Baby weiter eigenständig irgendwie an der Börse weiterentwickeln und die andere ist auch eine sehr große Verantwortung für knapp 3000 Mitarbeiter, wenn man Brasilien dazu nimmt und auch sehr volatile Zeiten mit viel Unsicherheit, wo es eben nicht nur daran gilt, an sich selber zu denken, sondern an, wie es so schön heißt, alle Stakeholder, die ein Vorstand einer AG oder SE berücksichtigen muss und zu den Stakeholdern gehören nicht nur die Aktionäre oder die Eigeninteressen. Deshalb war das sehr spannend, dann mit einigen Strategen zu sprechen und ich kann dir den Zungenbrecher XXXLutz ersparen, weil XXXLutz hat gar nicht bei uns investiert, sondern die zwei Familienstämme, die dahinter stehen und den 14, 15 anderen Firmen in der Lutz-Gruppe, wie sie sich nennen. Und als eben die Familien dann im Gespräch geteilt haben, dass sie eben sehr viel strategischen Weitblick haben, was Einkaufsstrategien angeht, aber auch was die Zukunft des Möbelhandels angeht und uns glaubwürdig gemacht haben, dass wir da eine wichtige Rolle spielen können und sollen und dass sie uns auch komplett eigenständig unsere Strategie weiterfahren lassen und uns aber zusätzlich die Einkaufssynergien mit an Bord geben, dann war das schon was, was wir durchaus sehr ernst genommen haben und zuletzt ist es ja dann schon auch so, wenn du CEO von einer börsennotierten Firma wirst und jemand externes macht ein Übernahmeangebot, ja, also der Börsenkurs an den Tagen vor dem Übernahmeangebot war irgendwie 2,70 Euro, das war perfekt getimt, war sicherlich keine Absicht, aber das war die Woche, wo der Atomzug von Putin Richtung ukrainische Grenze gefahren ist, ja, und dann haben die in der Woche drauf ein sogenanntes Wallcrossing gemacht und schon mal die 60% Anteilseigner, die bekannt waren, über Banken kontaktiert und gesagt, hier unterschreibt ein NDA, ihr dürft eine Woche nicht traden, ihr müsst uns jetzt sagen, wollt ihr das Angebot annehmen oder nicht und alle, die NDA unterschrieben haben, konnten sich das Angebot anhören für 7,50 Euro, ja, Tag vorher 2,70 Euro, ihr Aktienpaket abzugeben und klar, das ist weit weg von den 21 Euro, aber als wir bei 2,70 Euro waren, war Zalando auch unter IPO und viele andere und Amazon war auf rekordniedrigen Werten, das heißt, es war für viele Fondsmanager ein sehr attraktives Angebot, wo ich dann wiederum als der CEO, der Stakeholder Interessen managen muss und abwägen muss, auch mit dem Aufsichtsrat, die uns ja kontrollieren, wer hat denn jetzt welche Interessen, ist es im Interesse der Investoren, so ein Angebot zu bekommen und auch anzunehmen und ist es im Interesse der Mitarbeiter, ja, den Fortbestand der Firma zu sichern, weil man einen starken strategischen Partner dazu bekommt, da waren dann eben sehr schnell viele Ampeln auch grün und was mich persönlich angeht, ja, das war natürlich schon ein spannender Sommer oder dann auch Herbst und gleichzeitig habe ich, ja, jetzt habe ich zwei starke Familienstränge, mit denen ich eng zusammenarbeite und vorm IPO hatte ich Olli und Alex Sammer, das heißt, das war jetzt nicht, das ist jetzt nicht anstrengender als vorm IPO. Das ist sehr schön beschrieben, aber vor allen Dingen muss man ja schon auch sagen, so die Aktienkurse, die du gerade beschrieben hast, auch von Zalando und About You haben sich auch nach wie vor gar nicht erholt, ne, also insofern, das ist natürlich total erstrebenswert, wenn wir jetzt vorhersehen könnten, dass auch Norm24 erst wieder auf 21, 24, 30 geschafft hätte, aber werden wir nicht und es ist tatsächlich spannend, wie du es gerade berichtet hast. Lass uns mal einen kurzen, nee, einen kurzen, einen weiten Blick nach vorne werfen. Was sind denn so eure nächsten Wachstumshemen? Ich habe schon verstanden, ihr setzt aktuell ganz stark alles auf das Managen der Profitabilität. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten auszuweichen von dieser schlechten Stimmung vom Konsumklima? Gibt es andere Länder, die für euch spannend sind? Ich habe gerade erzählt, durch Zufall für unser neues E-Tervice-Büro Baduntertische bestellt. Bei euch ist B2B vielleicht sogar ein Thema. Was könnten so nächste Wachstumsschritte sein, sobald es wieder soweit ist? Ja, das ist ein bisschen spooky, als hättest du in unsere OKRs reingeschaut. Also wir haben in der Tat B2B als eines der Themen, weil wir es nicht gut bedienen konnten, technisch. B2B-Kunden wollen immer gebündelt alle Einzelteile an einem bestimmten Tag an eine bestimmte Adresse haben. Das können wir mittlerweile, die Kompetenzen haben wir entwickelt. Das heißt, da rollen wir gerade ein starkes Angebot aus und haben auch schon die ersten Großaufträge. Das Zweite ist, dass wir natürlich weiterhin sagen, in einem Konsumentenumfeld, wo jetzt auch nicht morgen die Großmöbel wieder anspringen werden, schauen wir uns schon an, was wird denn konsumiert im Zuhause? Und da gibt es ja viele Dinge, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen und die eben regelmäßig konsumiert werden. und in diese Sortimentsbereiche gehen wir verstärkt über den Marktplatz und dann haben wir natürlich die zwei ganz großen strategischen Felder, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, aber die für weiteres Wachstum sehr relevant sein werden. Das eine ist Butlers at Home24. Wir haben jetzt erst die Filialen umfirmiert in Butlers at Home24, früher nur Butlers und im Laufe des Aprils kriegen die 100 Filialen dann alle tatsächlich auch Möbelplatzierungen und wir fangen dort an, diese Offline-Kundenakquise noch viel stärker zu platzieren und zu guter Letzt bringt natürlich eine der größten Strategen der Welt mit 15, 16 Milliarden Außenumsatz natürlich durchaus auch ein riesen Netzwerk an Lieferanten und Sortimenten mit, bei denen wir uns jetzt auch bedienen können. Das heißt, da sind unsere Einkaufsteams jetzt in enger Abstimmung mit den anderen Firmen im Lutz-Verbund und schauen sich an, was ist da für uns relevant, was ist von uns für die relevant. Da wird es einiges an Entwicklung noch geben in den nächsten sechs bis neun Monaten und das sind dann natürlich alles weitere Angebote, die wir unseren Kundinnen anbieten können und daraus uns Wachstum versprechen. Eine internationale Expansion hört sich auf den ersten Blick sehr, sehr vielversprechend an und ist ja auch für Fashion eins der Wachstumsretter gewesen oder auch für Matratzen-Startups. Es ist total einfach, Fashion und uniforme Matratzenkartons, die nicht kaputt gehen können, global zu verschicken. Das kann man auch mal machen im Paketversand in den Order Economics. aber die frühen beschriebenen zwölf Teile für einen Kleiderschrank oder auch ein Dreisitzer-Sofa mit ein paar drei, vier Kubikmetern, die allein in Deutschland schon 50 Euro Versand kosten. Die kosten natürlich ins Ausland viel, viel mehr. Unsere großen Lagerstandorte sind in Halle an der Saale und in Walsrode zwischen Hannover und Bremen. von denen ins weite Ausland fahren ist ökonomisch bedingt sinnvoll. Das heißt, auch dort schauen wir eine Zwei-Stufen-Strategie an. Zunächst Marktplatz und Paketware plus Dropship und dann im zweiten Schritt würden wir zweimal Handlingware nachziehen. Aber das ist aktuell nicht im Fokus. Die Konsumentenstimmung ist zwar ein bisschen besser außerhalb von Deutschland im Rest von Europa, aber nicht viel besser. Insofern auch dort wird jetzt nach den Covid-Boom-Jahren durchaus Zurückhaltung bei Investitionen getätigt. Da muss ich trotzdem eine Sache nochmal zurück Richtung Kundenerfahrung fragen und Technologie. Du hast erzählt, für euch spielt klassisches Performance-Marketing immer noch eine große Rolle. Wann hebt denn endlich AR und VR-Technologie ab? Das müsste doch für euch eigentlich auch immerwährendes Thema gewesen sein. Glaubst du jetzt mit den neuen Apple-Brillen wird sich das gegebenenfalls doch nochmal verändern? Wie ist dein Take da drauf? Da könnte ich jetzt lange philosophieren, weil wir uns das wirklich seit 2016, 17 schon anschauen. Wir waren mit die ersten, ich glaube, wir waren die ersten in Deutschland, die eine Bildersuche gelauncht haben 2015. Dann mussten wir da dreimal die Technologie ändern, weil immer die Anbieter für die Algorithmen dahinter, auch AI, aber andere Modelle als heute, die sind einfach pleite gegangen, weil die keinen guten Weg zur Monetarisierung gefunden haben. Wir haben auch als Apple und Google ihre 3D-Integration in die Kameras, also die Virtual Reality, Augmented Reality Funktion eingeführt haben, haben wir dort investiert und alle unsere Eigenmarken sind in unserer eigenen App verfügbar, kannst die ins Zimmer stellen. Ich finde, das ist auch eine super Kundenerfahrung. Ich glaube, auch diese Kundenerfahrung wird nochmal einen Ticken besser mit der Brille, gar nicht so viel besser und gleichzeitig ist es dieselbe Zielgruppe, die es jetzt schon nutzt und die ist noch winzig. Also von den 20 Prozent, die Online-Käufer sind im Möbelbereich, sind das vielleicht maximal 10 Prozent und diejenigen, die damit interagieren, die haben auch höhere Warenkörbe und kaufen öfter. Es bleibt dann nur ein sehr geringer Anteil. Das heißt, ich bin da Pessimist geworden, auch wenn ich sonst Unternehmeroptimist bin bei vielen Themen, aber bei dem Thema wird es glaube ich noch dauern. Das ist eher ein Thema, was bei uns Produktionskosten und Erstellungskosten senkt und wir damit hoffentlich noch skalierbare, attraktivere Inhalte für unsere Kundinnen und Kunden anbieten können auf der Website und in den Social Media Kanälen. Da wird es helfen, weil man gerade Mutbilder signifikant günstiger erstellen kann, als wenn man immer so eine Kulisse bauen muss und dann ein ganzes Zimmer bauen. Dabei wird es helfen. Total. Dann habe ich trotzdem noch ein letztes Thema, was mich interessiert. Das ist das Thema Re-Commerce. Also das sind Zufügen von gebrauchten Sortimenten durch euch als Händler. das ist etwas, was ich tatsächlich ganz wenig sehe im Bereich Möbel. Ich habe mich ja viel im Bereich Fashion damit auseinander gesetzt. Und es gibt super viele Marktplätze, die das mal versuchen, die auch versuchen, stationäre Geschäfte irgendwie zu konsolidieren und über einen Marktplatz quasi Endkundinnen zugänglich zu machen. Aber irgendwie so richtig hebt das alles nicht ab. Und es gibt halt immer noch auch diesen riesengroßen Kleinanzeigenanteil. Ist das für euch ein Thema? Also gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit oder auch das Erfinden neuer nachhaltigerer Zielgruppen. Ist das auch Teil eurer OKRs? Wir sind da Vorreiter. Wir sind da aber nicht ein Vorreiter, wie du es denkst. Wir haben es online probiert und es gibt einen guten Grund, warum das online nicht funktioniert. In der Abwesenheit von Konsumentenmarken, also für einen Vitrastuhl, wirst du immer online auch einen Used-Markt finden. Der hat einen Marktpreis, so ein gebrauchter IMS ist manchmal sogar mehr wert als ein neuer. Aber für ein gebrauchtes Sofa No-Name, da kauft keiner online. Das ist dasselbe Thema mit dem Anfassen. Und damit funktioniert eBay Kleinanzeigen, man kann es vorbeifahren, angucken, mitnehmen oder eben nicht. Der Rest funktioniert einfach nicht. Und da sind wir schon lange mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie Vorreiter in der Branche. Die meisten anderen schmeißen weg oder verschrotten oder geben es an osteuropäische Drittverwerter. Und wir haben 2016 die Firma Returbo übernommen. von Simon Schmidt gegründet, der immer noch bei uns als Geschäftsführer unserer Home24 Outlet GmbH tätig ist. Und was wir tun ist, dass wir statt teuer die Retouren, die 200 zurückzufahren in unser Zentrallager, wie wir es gemacht haben bis 2017, 18 und von dort dann die Entscheidung zu treffen, was ist noch A-Ware, kann neu verpackt werden, verkauft werden, was ist B-Ware, geht an Drittverwerter, was verschrotten wir, sammeln wir die Ware in Westdeutschland, in Köln, für Süddeutschland und Österreich-Schweiz in Ulm und für Norddeutschland in Hannover. Da haben wir große ehemalige entweder Möbelhäuser oder Küchenmärkte, die keiner mehr haben wollte, relativ günstig angemietet, teilweise 6.000 bis 8.000 Quadratmeter, wir haben sehr große Logistikflächen dort, wo wir Handwerker beschäftigen, die die Ware abcyceln und dann direkt ins Outlet schieben und dort vor Ort verkaufen. Die Outlets haben eigene Internetseiten, die Kunden können sich vorher informieren, welche Modelle sind denn gerade da und das ist für uns nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen ein wichtiger Bestandteil, sondern wir haben dort auch ein, zwei Prozentpunkte Marge rausgeholt, indem wir eben weniger Geld verloren haben bei der Retourenvermarktung und es uns auch noch als nachhaltig denkende Menschen mit, als Familienväter und Mütter, denen es an der Umwelt liegt, eben nicht wie viele andere große Händler, weg damit, aus den Augen, sondern das ist ganz lustig, wenn man in unsere Outlets geht, da sind teilweise Möbelstücke, die gibt es gar nicht bei uns, weil dann dann wird halt irgendwas passend gemacht und trotzdem auf die Fläche gestellt und es findet sich jemand, der das cool findet, das ist immer ein Besuch wert unserer Outlets, wir haben in Berlin auch ein kleines, die haben diese Funktionsflächen nicht, aber die verkaufen die Ware dann aus den anderen Outlets, immer ein Besuch wert, kriegt man auch mega Deals. Cool, ich fand, das war ein gutes Schlusswort, vielen, vielen Dank Marc für den super offenen Austausch, ich fand es mega interessant über deinen Werdegang, aber vor allen Dingen auch die Story von Home24 zu lernen, ich wünsche euch richtig viel Erfolg für die nächsten Monate und ich hoffe, dass es auch etwas leichter wird für die gesamte Industrie in naher Zukunft. Sehen wir dich eigentlich auf irgendeinem der bevorstehenden Events wie beispielsweise OMR oder K5 oder sowas? Ungern immer, ich bin ungern auf den Bühnen unterwegs und habe ehrlicherweise den Podcast auch nur zugesagt, weil ich es total cool finde, dass du den jetzt auch mitmachst und ich finde, dass es unterstützenswert ist, dass es neben den gauhaarigen alten Männern immer auch ein paar neue Gesichter gibt, die die Branche erklären. Ich bin, ich habe nicht vor, dieses Jahr dort teilzunehmen, der Tarek hat gestern ja die Einladung geschickt fürs Dinner, mal gucken, ob ich mich da sehen lasse. Alles klar, aber das ist ja noch ein besseres Schlusswort eigentlich, als ich es hätte finden können. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Danke Caro, war eine Freude bei dir zu sein. Das war Kassenzone mit Caro. Die Folge wurde wie immer produziert mit der Unterstützung meiner lieben Kolleginnen und Kollegen bei eTribes. Falls ihr euch die Wartezeit bis zur nächsten Folge noch vertreiben wollt, dann schaut gern auf unsere Website www.eTribes.de vorbei. Dort haben wir viel E-Commerce-Content für euch vorbereitet, aber genauso wichtig auf kassenzone.de könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden und wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.